In diesem Video zeige ich dir, wie du die Trophäe DNA-Überlastung in Biomutant ganz easy freischalten kannst. Um den Erfolg zu erhalten, musst du nämlich einfach nur deinen Charakter nochmal mutieren lassen. Mutieren lassen bedeutet, du kannst dich in den Proportionen von deinem Charakter nochmal so ein bisschen verändern. Und wo genau funktioniert das? Das funktioniert einmal hier in so einem Bio-Gebiet, zum Beispiel in dem Gebiet Bio-Nucleus 6D. Auf der Map findest du das genau hier an der Stelle, die ich dir einmal zeige. Und dann musst du einfach nur hier in diesen kleinen Bunker reingehen. Und in dem Bunker findest du dann so einen Bio-Schleim und in dem kannst du dich dann mutieren lassen. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich dir an der Stelle eine ganz klare Empfehlung nochmal aussprechen. Unten in der Videobeschreibung über die Infobox habe ich dir die Playlist eingestellt zum kompletten Platin-Guide. Da findest du alle Videos rund um die Trophäen der Folge zu Biomutant. Und mit Hilfe der Videos wirst du auch ganz easy die Platin-Trophäe freischalten können. So, wir sind jetzt einmal hier unten angekommen in diesem Gebiet. Jetzt gibt es hier nochmal einen finalen Kampf gegen einen Bio-verseuchten Megamog. Und wenn du den dann besiegt hast, musst du einfach nur hier hinten einmal in den Bio-Schleim einsteigen. Du wirst dann gleich sehen, du kannst dich dann hier nochmal in deinen Charaktereigenschaften komplett verändern. Wie du das machst, ist natürlich dir überlassen. Du kannst hier, wie gesagt, die Beine ein bisschen dicker oder den Kopf ein bisschen schmäler machen. Wie du da lustig bist, du musst es nur einmal gemacht haben, bestätigst das Ganze dann mit X. Nachdem du das einmal ausgeführt hast, wirst du auch ganz easy die Trophäe erhalten. Ich hoffe, an der Stelle hat dir das Video gefallen und ich konnte dir weiterhelfen. Und du hast den Erfolg jetzt auch erhalten. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben. Da würde mich mega freuen. Und hau rein und mach's gut.